Guten Morgen, liebe Zielgruppe! Es ist noch recht früh am Morgen, ich bin gerade am Soundprozess, am 8. meines Jahresrückblicks 2011, also fast alles, mit dem ich euch 2011 tierisch auf den Sack gegangen bin und ihr müsst schon mit einer Anzeige wegen Ruhestörung rechnen, wenn ihr dieses Teil wieder mal ein bisschen an eure fette Anlage anschließt. Freude euch auf den Jahresrückblick 2011, mein Gott, das drückt!